Hallo zusammen, Aizoki hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der vergessene Ring einzunehmen bei ungewöhnlicher Ring, der blickt hier auf den Boden, auf der verbotenen Insel an dieser Stelle, allerdings in einer Höhle bzw. in einem Gewölbe. Man kommt hier durch die Quest, Gewölbe von Szeva Azet, hinein in dieses Gewölbe. Ich zeige auch so, wenn ich draussen bin, nochmal, wo der Eingang zu diesem Gewölbe ist. Vielleicht will es ja jemand von euch wissen. Geht's hinaus. Weg ist ziemlich lang und steinig. Na? Will er nicht? Seht ihr? Hier ist der Eingang zu diesem Gewölbe. Dann zeige ich euch, wo man jetzt hin muss mit dieser Quest. Das ist gar nicht weit. Hier hin. Die Quest ist abzugeben, bei Forscher immer weit. Auf der verbotenen Insel. An dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.